Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Young Explorers. Heute gibt es Teil 2 meiner Serie Unser Sonnensystem, die Milchstraße. In dieser Folge geht es um den Merkur. Der Merkur ist 4,5 Milliarden Jahre alt und wurde in der Antike entdeckt. Trotz der 57,9 Millionen Kilometer Entfernung liegt er am nächsten zur Sonne. Tatsächlich ist es so, dass es auf dem Merkur bis zu 450 Grad heiß werden kann. Und bei uns auf der Erde wird es im Durchschnitt 10 bis 30 Grad warm. Das ist kaum denkbar. Bevor es weitergeht, kommt hier wie immer eine kleine Mitmachfrage. Der Merkur schrumpft tagtäglich. Das liegt am Eisenkern, der sich im Inneren zusammenzieht. Die Frage ist jetzt aber, wie viel ist er jetzt schon geschrumpft? A. 10 Kilometer B. 100 Kilometer Oder C. 500 Kilometer Die Antwort gibt es wie immer am Ende. Aber wieso heißt der Merkur jetzt eigentlich Merkur? Der Name ist auf die Götter zurückzuführen. Es gibt den römischen Gott Merkurius. Mit ihm verbindet man Handel, Gewerbe, Reichtum und Gewinn. Im Deutschen wird er Merkur genannt. Und im Griechischen wird er Hermes genannt. Ihr kennt doch bestimmt den dadurch benannten Paket und Postzusteller. Hermes war der Gott, der an die Götter Post austeilte. Er ist besonders schnell. Und da der Planet Merkur der schnellste im Sonnensystem ist, hat man ihn Merkur genannt. Jetzt kommen nochmal ein paar interessante Fakten. 1. Der Merkur ist mit seinem Durchmesser von 1.879 Kilometern der kleinste Planet im Sonnensystem. 2. Bisher sind keine Monde bekannt. Damit ist er fast der Einzige. 3. Der Planet ist der schnellste im Sonnensystem. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 180.000 kmh. Deshalb braucht er nur 88 Tage, um die Sonne zu umrunden. 4. 85% des Merkurs besteht aus dem Kern. Zum Vergleich, bei der Erde sind es nur 16%. 5. Es klingt zwar verrückt, aber auf dem Merkur haben Forscher Wassereis gefunden. Und das, obwohl er am nächsten an der Sonne liegt. 6. Dass der Merkur ziemlich klein ist, wissen wir ja schon. Aber dass er nur 0,055 mal so groß ist wie die Erde, bestimmt nicht, oder? 7. Der letzte Fakt hat es nochmal in sich. Während der Pluto einmal die Sonne umrundet hat, sind auf dem Merkur einfach 1028 Jahre vergangen. Faszinierend, oder? Hier kommt die Antwort des Rätsels. Richtig ist Antwort A. 10 Kilometer. Das ist etwas seltsam, denn wegen seinem Alter sollte er doch etwas mehr geschrumpft sein, oder? Das war der zweite Teil der neuen Serie, unser Sonnensystem, die Milchstraße. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und vergesst nicht zu abonnieren. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Ciao!